Sonntag, 3.12.2017, 7.59 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback kommentieren eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.ad, brandet-schandl-dieser, das Auto ist zur Kommunikationszentrale geworden, hinterm Steuer kann man lesen, tippen, wischen, posten, fahren, ist nur noch Nebensache. eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.ad, outstream, eif, typeof adi, gleich undefinit, adi.ad, Mitte-1, man ist auch im Automobil. Ich zum Beispiel nutze die Zeit am Steuer meines Wagens, hocheffizient mit dem Beantworten vieler, völlig, verbindlicher Mitteilungen, reagiere binnen Sekunden auf MAILS und HZAP-Nachrichten, erfahre parallel von meinen Followern auf Twitter, dass es noch Restkarten für Helene Fischer in Bamberg gibt, tausche mit meinen 1500 persönlichen, guten Freunden auf Facebook-Katzenbilder, erhalte Job-Angebote aus Österreich und weiß dank Instagram genau, wo wer gerade was zu Mittag ist stahlt. Was vor mir auf der Straße passiert, kriege ich dadurch leider oft nicht mit. Hat da an der Ampel jemand hinter mir gehubt? Ja, sorry, es ist grün, konnte ich nicht gleich sehen, ich muss stehe auf meinem Smartphone mit Google Maps die Staulage checken. Schlimm, diese verstopften Straßen, wie soll man sich bei dem vielen Verkehr auf sein Telefon konzentrieren und nebenbei noch all die Informationen verarbeiten, die einem auf dem Display im Auto angeboten werden? Der Laptop rutschte vom Beifahrersitz IVE, TYPE OF AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-2, war CRETEO gleich CRETEO, CRETEO-Events gleich CRETEO-Events, CRETEO-Events-PUS-H, Function, CRETEO-Displug-Acceptable-ADI-Fahrt-Blocked, ZUNEIT, 458539, Container-IT, CRT 4183-FF44, Oberriedezone-Fluor, False, Letztens fiel mir auf der Landstraße auf, dass ich dringend einen dritten Arm brauche, damit ich beim Autofahren vernünftig kommunizieren kann und gleichzeitig schalten und lenken. Automatik wäre ein Ansatz. Während ich darüber nachdachte, bremste der Wagen vor mir plötzlich bis zum Stillstand, gut, dass ich zwischendurch mal kurz nach vorn auf die Straße geschaut habe. Blüterweise kippte mir mein Kaffee auf die Hose und der Laptop rutschte vom Beifahrersitz. Autoblog, Fahrtenbuch, Joy-Krone-Öger, wir bewegen Autos und das bewegt uns. Unser Leben auf Rädern ist eine Aneinanderreihung von Erlebnissen, viele nichtig, andere wichtig und erzählenswert. Jens Tanz haben diese besonderen Momente im Mobil schon immer so fasziniert wie die Autos selbst. Von seinen liebsten Episoden, seinen Beobachtungen des Autoalltags erzählt Tanz künftig in diesem Blog. Dann klingelte auch noch mein Handy, ein Freund fragte mich, ob ich nicht Lust auf was Analoges hätte, ein bisschen an seinem Weg schrauben, dabei ein Bierchen trinken und plaudern. Das Gespräch musste ich aber sofort abbrechen, ich war nämlich auf mein Handy-TSP-Li angewiesen, das mir als Navi diente. Dem Freund sagte ich, er solle mich heute Abend nochmal anrufen, lieber aber morgen, da sei ich auf der Autobahn und hätte Zeit. Tschüss. Eif, Type of Adi, gleich undefinit, Adi. Adi, Mitte unter Strich 3, dann fischte ich den Laptop aus dem Fußraum, um ihn wieder auf den Sitz zu legen, trüpfte den Kaffeefleck auf der Hose trocken und klemmte mein Smartphone zwischen Kopf und Schulter, weil ich einen Gang höher schalten muss stehe. Natürlich ist diese Geschichte zugespitzt, beim Autofahren gebe ich mir Mühe, der Versuchung nach sinnlosem Hantieren zu widerstehen.